Es gibt einige Profis, die von sich behaupten können, dass ihr Klub immer gewonnen hat, wenn sie in der Bundesliga getroffen haben. Michi Batshuay beispielsweise hat in fünf Bundesligaspielen getroffen. Jedes dieser Spiele hat Borussia Dortmund gewonnen. Aus dem aktuellen BVB-Kader weist Jude Bellingham in dieser Spezialdisziplin die beste Bilanz auf. In sieben Spielen hat er sich in die Torjägerliste eingetragen und dabei auch jedes Mal als Sieger den Platz verlassen. Von den aktuellen Bundesliga-Kickern ist Jesper Lindström führender in diesem Fachbereich. Der Däne hat in elf Begegnungen in der Bundesliga getroffen und Frankfurt durfte am Ende jedes Mal einen Sieg bejubeln. Der absolute Rekordhalter in dieser Disziplin aber heißt Henrik Mkhitaryan. Natürlich habe ich sehr gute Erinnerungen über BVB. Ich hatte drei fantastische Jahre da. Ich bin sehr froh, dass ich ein Teil dieser großen Klub zu sein. Am Anfang war es nicht sehr einfach, weil es eine neue Kultur, eine neue Fußballphilosophie, eine neue Sprache war. Das war sehr schwierig, aber Zeit nach Zeit habe ich getroffen und mich an die Stadt, an die Team, an die wir spielten. 2013 kommt Mkhitaryan von Schachtjahr-Dornetsk zum BVB. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er am vierten Spieltag in Frankfurt. Sein zweites macht er noch im selben Spiel und wird beim 2 zu 1 Auswärtssieg zum umjubelten Matchwinner. Wir hatten ein Team-Dinner und dann kamen wir raus und ein paar Familienmitglieder kamen zu mir und sagten, wir werden gegen Frankfurt gewinnen und wir werden deinen ersten Ball gewinnen. Natürlich erinnere ich mich an dem Moment, dass meine Freunde meiner Teammitglieder gesagt haben, dass wir gewinnen. In seiner Premieren-Saison trifft er noch in sechs weiteren Spielen. Auch in München, wo am Ende ein 3 zu 0-Erfolg bei den Bayern bejubelt wird. Es ist besonders wichtig, dass die Italien-Arena gegen Bayern München 3 zu 0 gewinnen ist. Es ist nicht jeden Tag, dass man das tun kann. Ich glaube, dass ich das zweite Spiel gewonnen habe. Es war nach dem Spiel gegen Real Madrid, wenn ich natürlich die Chance verletzt habe. Ich erinnere mich sehr gut und es hat mir immer Angst, aber es ist Fußball. Ich glaube, das was ich gegen Real Madrid nicht tun konnte, war ich gegen Bayern München und habe bezahlt. In seiner zweiten Saison plagen den zehnmaligen Fußballer des Jahres Armeniens einige Verletzungen und er findet erst in der Rückrunde zu alter Form und Torgefährlichkeit. Erstmals trifft er beim 3 zu 0 gegen die Blauen, später noch bei den Siegen gegen Paderborn und Bremen. Sein drittes Jahr in Dortmund wird sein Bestes. Gleich am ersten Spieltag ebnet er mit zwei Toren den Weg zum 4 zu 0 Auftaktsieg über Gladbach. In zehn Bundesligaspielen trägt er sich in die Torjägerliste ein. Mit sechs Treffern wird er Torschützenkönig der DFB-Pokalsaison und am Saisonende wird er von seinen Liga-Kollegen zum besten Profi dieser Spielzeit gewählt. Es hat viel bedeutet. Es bedeutet etwas. Es bedeutet, dass du einen tollen Job gemacht hast. Es bedeutet, dass die Spieler, die du mit und gegen gespielt hast, deine Fähigkeiten, deine Fähigkeiten gewählt haben. Natürlich war ich sehr glücklich, dass ich den beste Spieler der Bundesliga gewählt wurde. und den Spieler von der Spielzeit gewählt habe. Als er am 31. Spieltag auch noch beim 3 zu 0 Erfolg in Stuttgart sein 23. und letztes Bundesligator erzielt, hat er einen unglaublichen Rekord aufgestellt. Alle 20 Spiele, in denen er getroffen hat, hat der BVB gewonnen. Kein anderer Spieler in der nunmehr 60-jährigen Bundesliga-Geschichte hat als Torschütze eine längere 100 Prozent Erfolgsquote. Ich wusste ehrlich nicht, aber es hat mich ein bisschen emotional zu fühlen. Ich war sogar sehr beeindruckt. Ich wusste nicht, dass ich der Rekordmann bin. Aber natürlich ist es etwas, das in den Büchern und in der Fußballhistorien bleiben wird. Ich wusste nicht, aber natürlich ist es ein Spaß. Seit dieser Saison erzielt Miki seine Tore zwar für Inter Mailand, aber mit dieser ganz besonderen Statistik hat er schwarz-gelb in den Bundesliga-Rekordbüchern verankert. Ich wünsche dir alles Gute für B4B und natürlich Heia B4B. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020